und damit herzlich willkommen zu einer kleinen ankündigung und zwar werde ich am mittwoch den 21.12 2016 wieder um 18.30 einen stream auf twitch.tv machen und zwar spielen wir in dungeonkeeper weiter jetzt war am montag war xcom dran und am mittwoch werde ich dungeonkeeper machen ich werde jetzt schauen dass ich die letzte woche also die kw 52 im 2016 noch ein zweimal streamen und in der kw1 werde ich vielleicht auch noch mal ein zweimal streamen ich werde es mal ich werde es mal so halten dass ich immer im wechsel dungeonkeeper und xcom spiel und ja wie gesagt am mittwoch den 21.12 2016 um 18.30 auf twitch.tv sucht einfach der baron oder schaut in die video beschreibung da ist der link verknüpft ich würde mich freuen wenn von euch jemand vorbeischaut das war's schon und ja sonst sehen wir uns entweder im stream oder in einem video von mir sonst auf dem kanal also bis dann